Hallo Freunde, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zurück zu einer weiteren herzerwärmenden Folge von GTA 5. Wir sind gerade bei Floyds Apartment angekommen, haben immer noch den Aktenköfferchen in der Hand. Und ja, wir wollen mal gucken, was der Trevor jetzt in dem, ich schluck auf, tschuldigung, in dem Koffer finden kann und was sein nächster Plan ist. Das wird ganz spannend, Leute, das könnt ihr mir glauben. Name of all things holy. I tried to stop it, but it just kept coming, coming. What's it? There, there, wait. You're just not cut out for honest work, all right. Äh, wieso umarmst du ihn denn, du ekliger? You get what you need? Yeah, 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 more or less. I just got to figure out a place to plan this now. This will do. That woman ain't even fly. Ain't no one understands why Floyd lets her use him so. Well, that's low self-esteem, Wade. We got to build them back up. Now. And there, perfect. Oh, yeah, that's a plan. Based on my observations, I'd say these Merriweather security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship. So, it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that, too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? To the cargo? Okay, so, what do you think? Container ship or whatever is offshore? Hmm. Ich wäre sogar mehr, obwohl so ein U-Boot und so ja eigentlich recht cool ist, wäre ich sogar mehr für den Frachter. Oder? Not... ... Okay. Alright. What is that smell? Whoa. We are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal. Du kannst nicht in die Union gehen. Du bist in die Union, okay? Und du hast für uns geholfen, okay? Schau sie auf, Mann! Schau sie! Schau sie! Trevor, Trevor, du hast eine Verabredung auf meinem Platz zu arbeiten. Du verabschiedst Mr. Raspberry Jam, und Gott allein weiß was anderes. Du hast es verabschied, Deborah. Schau, meine Frau und meine Union, das ist alles, ich habe. Also, warum nicht wir, warum nicht wir das alles schlafen? Huh? Wenn du dich mit dem, was passiert mit deinem Freund, dann ist es gut, okay? Aber ich würde ihm ein Blatt und rinchen ihn aus. Nein! Keine Blatt! Ja, okay. Na ja, sauber ist hier immer noch nichts geworden. Aber wir haben... Hä, wieso? Achso, die Missionszeit hat wieder nicht gereicht. Ja, toll. Achso, ja, das ist eklig, Leute. Ah, Trevor, hey. Mikey, hey, listen, loving it here in L.S., really settling in. Getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Oh, you bet it's okay. Listen, I gotta do a little prep work, but so far it's looking pretty tasty. Okay, I'll need you to bring along that kid you been hanging with. Franklin. Okay. Jetzt ist die Frage... Wie weit sind wir denn jetzt hier überhaupt gekommen? Ähm, und was ist unsere nächste Aufgabe? Bo-bo-bo. Don't be a dick, bro. I'm trying to look out for you. Just give me the key. Whatever. Dad. Totally fine. Set a couple of beers. What are you talking about? We had like six shots each. Look at you. Will you two just make out already? Even I think you shouldn't be driving. Get in, Larry Lightweight. Let's take you to Betty By's. All right. Why not? You win. I just got a mouthful of something. Will er jetzt hier reinkotzen? Mr. Smith, as you can see, I could have driven. No problem, but Joy Killer back there had... Are you fucking wasted or something? No problem, but Joy Killer back there had... He'll lay a guilt trip on me. Can you believe you wanted me to walk? Walk? Well, I don't even think this is syrup. It's because I sound drunk. Doesn't mean my brain's drunk. You know, it's offensive. You don't call a deaf kid stupid for talking funny. I can't believe he just walked out without me. Why do guys turn into such assholes when they get married? Well, he can go back to his boring family to jacking off in the garage after everyone's gone to bed. I'll stick with my awesome life. Thank you. Your buddy's a fool. Ditching a charming raccontour like you. Okay, I'm wrong. You should see me on Thanksgiving. Pumping the turkey, Salneo. You like my wishbone, don't you? Huggin. Classic me. The lady's in that place, dude. All over me like a wretch. Thanks for the ride, man. I gotta get inside. I'm about to spill my guts. Take this for the gas. I'll see you around. Try not to pass out and choke on your sack. So, was haben wir jetzt vor? Ist eine gute Frage, oder? Da wir ja noch ein paar Minuten Zeit haben, würde ich sogar sagen, dass wir zu dem nächsten Fremder und Fricks losfahren. Ich habe ein U-Boot gesehen, unten am Hafen, auf einem Schiff. Okay. Wir könnten uns dann auch in der nächsten Folge auf jeden Fall um die Raubüberfälle kümmern. Ist ja auch eine Idee. Aber wenn wir jetzt schon mal auf dem Weg sind, würde ich mich eigentlich echt ganz gerne um das Fragezeichen da vorne kümmern. Ähm, was? Miniatur-U-Boot? Was will ich mit einem Miniatur-U-Boot? Ähm, Kleidung vom Hohn, Friseur. Irgendwie kann ich dann, kann ich gerade gar keinen, ähm, was wollte ich sagen, gar keinen Wegpunkt da hinten zu dem Fragezeichen setzen. Na, da kann man nichts machen. Ich versuche mich einfach mal zu beeilen. La, 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 la. Ich glaube, ich muss sogar hier hoch. So, und dann... Ja, doch. Ich fahre auf jeden Fall gerade richtig. Ähm, ja, nice. Echt nett von dir. Lass mich mal durch. Okay. So, und jetzt muss ich versuchen, hier irgendwie hochzukommen. Ungefähr sooo. Äh. Ne, das wird nix. Äh, aua. Au, au. Au, au, au. Aua. Das war cool. Na ja, sind wir der Langweiler und fahren mal den normalen Weg. Oh Gott. Wie soll ich da denn hochkommen? Ich muss da jetzt irgendwie echt hier hochkommen? Wie soll ich das denn schaffen? Oh, ja, ungefähr so. Oh, guck mal. Das Haus kennen wir doch. Da ist Michael ja... Hat er ja fleißig gerade die Reparatur noch bezahlt. Mh, sooo. Na, guck mal. Hier können wir sogar perfekt langfahren. Und. Oh, wundervoll. A veritable treasure truck. Das ist ein perfekt guter Sock. Und eine ganze Courgette. Ich denke, du sagst Zucchini, Mrs. Thornhill. Just ignore uns. Ja, nicht uns. Pretend wir nicht hier. Okay. Du bist nicht Jock Cranley. Actor und artist. Ich liebe deine Arbeit. Oh, Stunt Double. Oh, unser Lieberes. Oh, Mrs. Thornhill. Snap. Watch the birdie. Oh, pretend to throttle me. Ja. Ja, wie du auf dem Poster gemacht hast. Ja, okay. All das wäre mein Lieber. Ha, 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 ha. Oh, like that, huh? Yeah? Oh, maybe something like this? Or like that? Huh? You like that? That's enough of you! You like that? Stop! Oh, hey. Frankie. Wow, that's quite a woman there, huh? We are not worthy. We are not worthy. We are not worthy. I'm not Jock, uh, what's his name? Cranley. Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yeah. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Gade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away, they're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. What we could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins. It's such a business. Nigel's got an arthritic need. What do you, uh, what do you need? Just a few fine wood souvenirs for my museum. Look, 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 look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them, and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best. Thanks. That's such fun. ...hehehehehehehe. ...hehehehehehehe. Minuten Zeit und ich würde sagen, dass wir dann einfach mal ganz schnell zu Franklin wechseln. Oder wechseln. Mit der Aussprache. Tue ich mir natürlich auch noch ein bisschen schwer. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir wechseln jetzt zu Franklin und werden uns jetzt hier nochmal um ein 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 Grasversteck kümmern. Dafür ist ja jetzt gerade die Zeit noch da. Wie komme ich hier raus? So. So. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Oh, das ist doch ganz schön weit, ne? Um die 15 Minuten haben wir ja auch schon voll. Hüm. Hüm, hüm, hüm. Gute Frage, ob ich das jetzt noch überhaupt schaffe. Na ja, wollen wir mal nachschauen wie lang der Weg überhaupt dahin ist. Da haben wir noch jemanden der was stehlen wollte. Ja, ja, bin ja dabei. Wo ist er lang? Hä? Ach, der hier vorne, oder wie? Ja, und deine Sache ist das auch nicht. Okay. Wollen wir das Geld? Da haben wir das Geld. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöde gelaufen. Wir fahren übrigens nicht zurück. Ich seh's nicht ein. Das ist ja eher mein Geld. Weil ich es ja wieder, ne? Und deswegen fahren wir jetzt einfach mal nochmal, ähm, nicht nochmal, sondern zum ersten Mal zu dem letzten Grasversteck. Und ich würd sagen, dass wir das dann in der nächsten Folge klauen. Also wenn ihr den Weg hier dorthin zu lang zu langweilig findet, könnt ihr ja gerade abschalten. und dann in der nächsten Folge wieder einschalten. Ähm, ich brauche ein neues Fahrzeug. Nehmen wir den hier. Bonk. So. Wir fahren auch noch guten Kilometer, wie ihr selber sehen könnt. Und ich sollte mal mit Franklin und mit Michael auf jeden Fall demnächst mal wieder ein paar Waffenverbesserungen kaufen. Es wird auf jeden Fall Zeit. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Und jetzt ist nur die Frage... Oh, da ist er. Okay, dann würd ich sagen, schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Da geht's wieder heiß her. Ihr kennt das ja. Und dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.